Hallo zusammen! Es gibt einen neuen Tag und ich habe mich wirklich gefreut, dass ich wieder getaggt wurde. Nämlich von meinem Freund und YouTube-Kollegen Mr.Schrotti11. Sei Grüß Mr.Schrotti11, bist ein Freund von mir geworden. Du taggst mir ja fast schon in jedem Video, in jedem Tag, taggst du mich. Also, das freut mich wirklich sehr, Tags zu machen. Meine Stimme ist ein bisschen gedämpft, weil ich war die ganze Woche krankgeschrien, bin ich jetzt. Ich hatte, am Wochenende hatte ich Gliederschmerzen, am Montag hatte ich Gliederschmerzen und ansonsten hatte ich Husten. Ich habe die ganze Woche gehustet, immer so ein ganz, und ich trinke schon den ganzen, die ganze Woche trinke ich schon Tee. Immer Tee aufbrühen und so wird alles und das soll ja auch helfen. Aber es geht bergauf. Ich versuche jetzt mal, in diesem Video nicht zu husten. Also, gut. Also, der Tag heißt, dein Name im Film, Tag. Heißt, so wie ich heiße, ich heiße Christian, genauso wie du Mr.Schrotti11, der auch Christian heißt. Aber ich habe ganz andere Filme rausgesucht. Ich bin einfach hingegangen zu meinem Regal, habe geguckt, was habe ich da für Filme. Ganz spontan habe ich die ganzen Filme alle rausgesucht, die ich euch jetzt zeige. Christian heiße ich. Und so fange ich an mit dem ersten Buchstabe. Und zwar C. Da habe ich für euch rausgesucht. Christiane F. Habe ich rausgesucht. Ist so ein Drogenfilm in der Jugend, ich glaube, in der DDR war das. Ich habe den Film einmal gesehen. Ist so ein Drogenfilm. Ich glaube, der wurde auch damals in den ganzen Schulen gezeigt. und überall und als Aufklärung. Hat mir gut gefallen damals. Geht um dieses Mädchen, das irgendwie, wie war das? Das kommt auf die schiefe Bahn und dann kommt auf die schiefe Bahn, lernt da irgendwelche falschen Freunde kennen, die in der Drogenszene sind. Dann nimmt sie selber Drogen und dann soll sie dann noch mit einem Typen schlafen. Wegen Geld. Also um an Geld ranzukommen. Wegen Drogen. Also mir hat der Film gut gefallen. Ist sehr realistisch. Christiane F. Dann kommt weiter mit H. Über H habe ich rausgesucht. Hard Candy. Den kann ich euch empfehlen. Diesen kann ich euch sehr empfehlen. Hard Candy. Geht um ein Mädchen, hier auf dem Cover und einen jungen Mann. Die lernen sich kennen im Internet. Das junge Mädchen gibt sich aus, dass sie sich in ihn verliebt hat. Und er hat sich auch in sie verliebt. Und dann verabreden die sich das erste Mal in so einem Restaurant oder was das war. Und dann kommt das so, dass sie ihn mit nach Hause nimmt. Also sie nimmt ihn mit nach Hause und dann ist sie bei ihm zu Hause und dann beträubt sie ihn. Und dann kommt die Wahrheit ans Licht, dass sie ihn nur heimzahlen möchte, dass er auch mit anderen Frauen schreibt, dass er auch mit anderen Kindern schreibt. Also ich sag mal, pädophil ist. So in Glock Daumen geht es in dem Film. Ich habe den Film ein paar Mal gesehen. Bis sie sich richtig an ihn rächt. Und richtig hart. Da kommt sogar Zähne in dem Film vor. Da will das Mädchen, den jungen Mann, den Pimmel abschneiden. Also da liegt der Mann so auf dem Tisch. Auf so einem Tisch. Und dann kommt sie an. Und schäubt ihr erstmal alles ein. Aber sie schneidet nämlich den Pimmel ab und so. Das ist alles nur ein Spiel. Aber der Film hat ein trauriges Ende. Aber mehr will ich nicht spoilern. Ich habe schon genug gespoilert mit der Pimmelszene. Also ihr solltet euch den Film selber angucken. Hard Candy. Hat mir damals gut gefallen. Dann kommt es zu Er. Da habe ich rausgesucht, ganz spontan, Rheingold. Der hat mir auch gut gefallen. Das glaube ich auch sogar mit dem Schauspieler, der gespielt hat in 60 Minuten. In einem Netflix-Film. 60 Minuten habe ich geguckt auf Netflix. Hat mir wirklich super gefallen. 60 Minuten. Einen Daumen nach oben. Wirklich. Da geht es. Aber in 60 Minuten hat mir gut gefallen. Ist so ein Martial-Arts-Film. Wo ein Vater einen Kampf hat. Aber die Tochter hat Geburtstag. Und dann soll der Kämpfer, also der Mann, schnell zu der Tochter hin. Wenn er nicht so schnell hinkommt, ich glaube, da war es noch nicht 18 Uhr oder so, dann verliert der Vater das Sorgerecht an sein Kind. Und dann kommt es so, dass er unterwegs auch verprügelt wird und er soll wieder zurückkommen in den Ring, weil da viele auf ihn gewettet haben. Und das geht um Millionen. Millionen geht das. Aber in diesem Fall geht es nicht um 60 Minuten, sondern um Reingold. Reingold hat mir auch super gefallen. Ist, glaube ich, in dieser Typ hier. Der wird immer zusammengeschlagen und dann will er sich rächen an die, die ihn zusammengeschlagen haben. Und dann lernt er den Kämpfer kennen. Der nimmt ihn richtig hart ran. Also der, 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 der krimiert mit ihm und dann rächt er sich dann an die, die ihn verprügelt haben. Ich glaube, der kommt sogar noch im Knast, kommt der glaube ich sogar noch. Aber der wird mir auch gut gefallen. Reingold. So, dann kommen wir zu I. Habe ich ganz spontan rausgesucht in Diana Jones und gerade das Schicksal. als viele mögen ihn nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt das zweite Mal gucken würde, ich weiß nicht, ob er mir dennoch immer noch gefällt. Hier Indiana Jones, der neue Indiana Jones mit Harrison Ford. Viele sagen ja, der wurde richtig ausgeschlachtet in dem Film. Viele mögen ihn nicht. Ich fand ihn gut. Wollten wir auch das Steelbook holen. Steelbook, die sah nicht so gut aus. Das Steelbook ist hier so, hier ist der, der Hut, da klappt man den auf, klappt man den so auf, hat man hier den ganzen Hut hier zu sehen. Das Steelbook fühlt mich nicht so gut. Darum behalte ich auch die Amare. Aber hier, Indiana Jones, dann kommen wir zum S. Da habe ich hier, oh, habe ich nicht darauf geachtet. ich hoffe mal, das geht in Ordnung. The Seasoning House. Ich habe es nur gesehen, S. Aber da kommt noch ein T davor, für S. Aber ich glaube, das ist in Ordnung, das Seasoning House. Wie war der? Hat mir gut gefallen. Geht es darum, es ist irgendwie im Krieg und dann werden die Kinder entführt in so ein Haus und dann müssen die Kinder immer Sex haben mit anderen Männern und die, und die bezahlen das auch, also sowas wie ein Bordell. Und ein Mädchen kommt dann frei, also nicht frei, das kämpft sich da, das kämpft sich da raus aus das ganze Bordell. Und da kommt auch da ein Typ an, der verprügelt das Mädchen richtig doll, bis es gar nicht mehr aufstehen kann. Also Seasoning House ist ein super Film, ist zu empfehlen. Dann kommt Tay für The Killer. Zu diesem Film habe ich noch nichts gesagt, wie ich empfinde. Ich finde, The Killer ist einer der besten Actionfilme. Da kommt kein, also, weiß ich nicht, der ist aus den 90ern, ich glaube, der ist von 1991, ich höre jetzt nicht hinten drauf, ich glaube, der ist von Anfang der 90er oder Ende der 80er oder sowas ist da. Auf jeden Fall ist der richtig super. Ist einer der besten Actionfilme. Und wenn ihr die Blu-ray reinlegt, da kann man auswählen, zwischen die neue Fassung, also die neu remasterte Fassung und dann in den Extras steht dann die Taiwan-Fassung. Aber die Taiwan-Fassung, die ist nicht gut. Da ist die Bildqualität nicht gut und der Ton ist nicht gut. Ihr müsst einfach auf Film starten klicken. Da ist dann auch die remasterte Fassung drinne und die ist richtig gut. Da ist richtig gutes Bild, da ist gute Fahnen, guter Ton und die Action in dem Film, die ist grandiot. Das Ende in der Kirche da. Wow. Also was da rumgeballert wird. Die ballern sich da ab und Blut fließt auch, der sich umsonst ab 18. Also sie hat mir richtig gut gefallen. The Killer. Dann kommt I für Ich weiß nicht, was du letzten Sommer getan hast. Worum geht es nochmal in dem Film? Da ist eine Gruppe Jugendlicher die Gruppe Jugendlicher ist im Auto verfahren auf die Landstraße und dann fahren die zufälligerweise oder wie ich das ausdrücken soll zufällig genau, die fahren zufällig einen Mann an und der rächt sich dann später an die Jugendlichen. Darum heißt der Film auch, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich glaube, ein Jahr später nach dem Unfall, nachdem die ihn angefahren haben, den Mann rächt er sich dann an die Jugendlichen. Hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Gibt es auch einen zweiten Teil und ich würde mir wünschen, wenn es davon einen dritten Teil gibt. dann kommt ein Film und zwar bin ich jetzt bei A. Ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. A Little Bit Zombie. Habe ich noch nicht gesehen den Film, kann ich nichts zu sagen. Ist, glaube ich, so eine Zombie-Komödie. Aber ich habe jetzt spontan rausgesucht mit A. Hier, ein Zombie, wie heißt der? A Little Bit Zombie. So, kommen wir zum letzten Buchstabe und zwar N. Letzter Buchstabe N für Nicht-Auflegen. Auch ein super Film mit Colin Forell. Er gibt sich aus in der Stadt. Er geht in der Stadt, geht er immer zu einer Telefonzelle. Da gibt er sich aus. Er ist der Größte. Er kann jede Frau haben. Dann hat er mehrere Beziehungen. und dann ist da ein Typ, also er macht auch Geschäfte in der Telefonzelle und er hat dann auch eine Frau und die betrügt er auch mit einer anderen Frau. Und dann ist da ein Typ auf einmal in einem Hochhaus und der nimmt ihn unter Beschuss, sage ich mal. Und der in dem Hochhaus, äh, äh, wie sage ich, der bedrängt ihn? Naja, nicht bedrängen. Ja, bedrängen auch, aber auch so, wie sage ich? Bedrängen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr kennt ja alle den Film. Auf jeden Fall ist er richtig super. Hat mir gut gefallen. Nicht auflegen. So, das war jetzt der Text von mir. Ging jetzt ganz schnell. Christian, Mr. Schrotti 11, das ging jetzt schnell. Ich habe das Video gesehen, habe ich gedacht, wow, wurde ich wieder getaggt? Ich wurde wieder getaggt. Finde ich super. Vielen lieben Dank, dass du mich getaggt hast. Dass ich die Möglichkeit habe, einen Tag zu machen. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Mittwoch, einen schönen Abend, morgen schönen Donnerstag. Werdet gesund, bleibt gesund. Wenn ihr nicht gesund seid, wünsche ich euch gute Besserung. Bei mir geht es jetzt auch bergauf. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.